Wir haben doch immer noch unsere tausenden privaten Medienanstalten, die werden ja wohl noch unabhängig genug sein. Ja, und das sind sie zum Glück echt, also zumindest unabhängig von wahrer Berichterstattung. Die größten Herausgeber unserer Nachrichten sitzen eben in verschiedenen Thinktanks, ein anderer Begriff für globale Propagandaorganisationen. Und diese haben bei bestimmten Fragen eben immer dieselbe Antwort, die sie dann den kleineren Nachrichtenherausgeber weitergeben. Ja, aber das ist doch unmöglich, das sind tausend verschiedene Medienanstalten. Wie sollen denn die am Ende immer bei wichtigen Fragen das Gleiche schreiben? Das wäre doch nur möglich, wenn all diese kleineren Herausgeber irgendwie im Besitz von großen Medienkonzernen, die man an zwei Händen abzählen könnte, wären. Und ja, dann wäre es möglich, zentral das Meinungsbild der Massen zu beeinflussen. Aber da gibt es jetzt gerade aktuell keine Beispiele für, von daher... Von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Das ist Massenwahnsinn. Ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert auch gerne unsere anderen Kanäle.